Die britische Schauspielerin und Model Kiera DeLiving hat offen darüber gesprochen, wie ihr Alkoholmissbrauch, ihre psychischen Probleme und ihre Selbstverletzung in der Kindheit begannen. Sie verriet, dass sie sich zum ersten Mal im Alter von sieben Jahren betrank. Drei Jahre später wurden ihr im Alter von nur zehn Jahren Schlaftabletten verschrieben, um ihre Schlaflosigkeit in den Griff zu bekommen, und als Teenager wurde bei ihr Dyspraxie diagnostiziert, eine neurologische Erkrankung, die die körperliche Koordination beeinträchtigt.